Hi Leute, wir machen weiter mit Artie, sind hier am verdorbenen Hafen und ballern jetzt mal los. Die Monster warten schon auf uns. Artie, sag mal hallo. 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 Das ist eine Drecksäcke. Alle weg. Nein, der ist ausgewischt, komm. Hier hat mein Nahkampf auch für den Kill. Boah, bist du langsam? Jetzt. Guck, dein ist weg, nur dir hier. Egal, besser. Ah, mehr geht's los hinten. Er versteckt sich, dieser Drecksack. Ich steige Angst auf. Ich lasse hier niemanden durch. Ah, der ist doch billig. Der kommt auf dem Weg. Der ist doch billig. Zack, zack, zack und weg ist er. Aber kostet schon viel Munition, Alter. Ja. Komm her. Alter. Ich stirb endlich. Endlich geht's weiter hier. Das kann ich eben auch richtig flesseln. Oh. Ganz wenig. Konzentration des Siegers, Stufe 4. Eine Sekunde, ich muss mal gucken, was ich jetzt freigeschaltet habe. Hab ich mir lange nicht mehr geschaut. Stufe 5 jetzt. Das ist Sieger, Stufe 4. 5. Ja. Okay. Egal, ich hab's mit dir dran. Ja, ich hab das ja, ich hab das ja... Keine Ahnung, gestern schon aktiviert gehabt. Ja, ich wusste das nicht. Tja, ich muss Ufi Gaming-Videos anschauen. Ja. Ich bin so gut, ich brauch die zweite Klasse nicht. Ja. Ja, glaub ich dir. Oh, da ist ein Boss. Mini Boss. Von Jäger. Wie viel Leben hat der? Nein, ich hab dich getroffen. Nein, ich hab dich getroffen. Das ist richtig, schon. Allah. Allah. Du wolltest ihm nur helfen, gell? Oh, hier ist ein Secret, glaub ich. Yes. Oder? Yes. Ja. Verfallenes Herz. Allah. Schon wieder? Was soll mir jetzt so viel Relikten? Bei Verwendung wird nach den nächsten drei Gegnerischen Treffen 40 Wiederherstellungen der Gesundheit über einen Zeitraum von 3 Sekunden ausgewählt. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Du kannst damit... 120 Gesundheit kannst du wiederherstellen, Artie. Das ist sogar besser. Weiß nicht mal, wie viel 120 ist. Ja, das andere macht nur 70. Meins macht 57 Prozent meiner Max-Gesundheit. Ja, okay. Das ist was anderes. Aber das, was ich habe, macht nur 70 Prozent. Das wollte ich nur damit sagen. Aber du musst halt... Du musst... Aber wenn du dieses neue benutzen willst, dann musst du halt Schaden vom Gegnern leiden, ne? Ja. Hm. Und eigentlich will mir ja kein Schaden mehr leiden. Ich schon. Ich mag das. Wenn ich von schlagen werde. Aber ich hab keine Munition mehr, alter. Da oben ist ein Mini-Elite, ne? Ja. Genau hier hab ich... Als ich die 2 gesehen hab und dann die Mini-Elite, hab ich alter 4 gedrückt, glaube ich. Oh, geil. Du hörst, ja. Warte. Ich war jetzt mal die Kleine kaputt. Mit meiner Ding-Nahkampfwaffe. Weil ich hab keine Verkampf-Volition mehr. Ich mach den Großen. Oh mein Gott, der hat mich... Oh mein Gott, der hat mich zerstört. Der ist richtig stark. Oh, der ist die Starke. Ah, das ist der. Ja, genau. Alter. Willst du dich verarschen? Ich hab den von hinten an. Komm, ich komm. Ich heil dich. Ich mach den fertig. Ich bin... Ich bin die ganze Zeit am Struggle. Oh mein Gott, gut, dass du mir Schild gegeben hast. Ich will nicht. Einer weg. Der zweite weg. Der Tief tritt auf mich. Die ganze Zeit. Oh, der sitzt jetzt auch gleich weg. Nice. Das war ein Volltreffer. Das ist eine schöne Sache. Ich bin so die... Ist das hinten irgendwas? Ich glaub hier ist ein... Ist da was? Ne. Nothing. Also hier hast du halt eher viel gedrückt. Alter, viel trägt als ich die Zeug sehen hab und man kann wieder... Wie näher lieb. Ja, aber ich glaub, ein Solo ist auch schwieriger, Alter. Vor allem, wenn du Alptraum drauf hast. Vor allem, als Doktor. Ich bin ein Heiler. Ich bin kein Kämpfer. Ja, aber deine Fernkampfwache macht schon gut Schaden, Alter. Welche... Dieses... Dein Gewehr... Dein Gewehr... Dein Gewehr... Der Pistole auch. Problem ist mit dem Gewehr, kann ich keine Schockstellen treffen. Nee, das kommt diesen Boden nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Noch mal rein. Ach, wer. Die kleinen Pupsis. So, Checkpoint. Sie mal versprechen. Oh. Hast du das gesehen? Was? Ich hab da... Da vorne ist ein Relikt auf jeden Fall. Die kommen aber da hin. Von mir... Hier. Weißt du an, was mich das hier gerade erinnert? An was? Wir haben ein einziges Hauptquartier. Wo man dann hier runter ging. Echt? So ein Fall. Nee, irgendwie nicht. Ja. Es ist nicht dieses Gebiet, also so sah es für mich aus. Hey, wie komme ich da hoch? Das nervt mich gerade. Ich will da hoch. Bloß... Von dem Ding. Von hier. Meinst du? Ja. Oh, sehr cool, ey. Meinst du? No! Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Aber einmal reingelaufen gerade so, Alter. Ich schwör. Nee. Aber es ist eine Relikt. Ah, nee. Das ist keine Rechte. Oh. Konzentriert sich auf was anderes. Ich mach die fertig mit meiner Ding... Elektro-Scheiße. Scheiße. 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 Von hinten angegriffen. Ich komme. Alle, die kommen einfach aus dem Nichts, ne? Ja. Das ist so scheiße. Aber schießt du. Auf Gegner. Und du? Der Gegner ist hinter dir. Die sind voll viele, man. Oh mein Gott. Komm, lass nach. Ey, der lädt so lange nach mehr, dieser verdammten Waffe. Da bleiben noch welche. Oh, hier ist ein... Oh mein Gott, was ist denn das? Ja, ich bin noch da. Der kommt einfach aus dem Nichts. Wahrscheinlich. Warum ist er gesagt? Was seht ihr, der ist einfach aus dem Nichts gekommen. Digga-Hampel, Mann. Niemand. Ach, ne? Das war ein seltsamer Einheit, Alter. Schön. Neue Eigenschafts-Reisender. Okay, das ging aber schnell. Erhöhtes Bewegungstempo. Bewegungstempo? Ne, brauch ich nicht. Obwohl. Manchmal schon. Beim ersten Teil habe ich Bewegungstempo-Ding auf Max gemacht. Echt? Allah. Damit ich schneller durch die Kampagnen durchgehen kann. Ich geh kristen, so weißt du, was ich meine. Ja, ich weiß ja, was ich meine. Ich bin echt verspüren. Hey. Easy. Easy. Und, kommt man jetzt dahin. Du musst noch weiter. Guck mal, kommt nicht dahin. Von hier. Echt? Ja. Ja, warte. Nicht mal auf dem ist runter. Ich muss mal hier runterspringen. Ah ja, ah ja. Ne, das war es nicht. Das war es aber nicht, ja man. Ich will es haben. Das triggert mich. Ich will es haben. Erhöht Nahkampfschaden während Rüstung. Ey. Ich kann es nicht mehr sehen, Alter. Die ganze Zeit Ding, Nahkampfschaden. Oh. Voll geil. Was gibt es hier? Ich kann mal runterspringen. Oh ja. Ja, hier ist es. Nice. Trinkt der Wahrscheinlichkeit. Guck, das hört sich auch richtig gut an. Erhöht Kitzenschaden um 30%. Oh, das ist geil. Richtig schadend. Ja. Schon alles? Nichts für mich. Hm. Ist aber ein richtig guter Ring für, wenn du komplett auf Damage aus bist, Alter. Ja, auf jeden Fall, aber leider machst du keinen kritischen Schaden mit dabei auch schon. Ich habe einen Hegel angemacht. Jo. Aber irgendwie werden die nicht probiert. Doch, ich sehe die alle. Ah, jetzt. Die, die, es gibt jetzt welche, die mehr, äh, Ding, Leben haben. Äh. Aber schon, ne. Dahinter, hinter der Treppe ist noch ein Relikt hier. Stein des kinetischen Kreislaufs. Hast du Namen, die auch aber alle haben, ne? Ja. Erhöhert Wiegtempo von Mods und Fähigkeiten um 20%. Wiegtempo? Ah, ne. Also, ich muss sagen, viele der Ringe sind einfach so Schrott. Richtig. Checkpoint? Hast du hier fließt jetzt mal Checkpoint? Ja. Weil ich glaube, da hinten kommt wahrscheinlich was Klosiges. Ja! Ich freue mich. Mal gucken, guck mal, das Gebiet an. Das sieht schon so aus. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Also, Checkpoint direkt davor. Ja. Hier. Oh, ja. Oh, mein Gott. Was für's, äh, hier ist Nebel. Na jetzt. Ah! Das war das einfach. Oh, geil, da. Richtiger Sense, Mann. Alter. Okay, ich glaube, wir werden mindestens dreimal sterben. Niemals. Das heißt, einfach geht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Geh weg, VW. Na, feile nur. Alter, der ist zu schnell. Beziehungsweise, ich bin zu langsam. Digga, lass mich in Ruhe. Ich hab den Geix gemacht. Oh, der hat irgendeinen Stab rausgebracht. Müsste ihn kaputt machen. Und der, und der schießt ihm was. Bescheide. Ich mach keinen Schaden, ne? Geht schon, geht schon, geht schon. Digga, der hat mich zerstört. Ich glaube, wir müssen den Digga kaputt machen. Ja, aber ich kann nix machen, der zerstört mich, der ist voll schnell. Alter. Das heißt, einfach Gift. Sein Name ist Gift. Und seine Fähigkeit ist Elefantenhaus. Ja, deswegen machen wir so wenig Schaden, weil er eine Elefantenhaus hat. Aber seine Schwachstelle ist nice. Seine Schwachstelle ist gut. Das Problem ist, ich bekomme nirgendwo Munition, Arti. Die überliegt mir nicht. Also, ich war dabei. Ich seh nirgendwo, ah, okay, jetzt. Ich hol mal Munitionsschnell. Der jagt dich. Ich mach Jäger an. Ich auch. Der ist geil. Der macht mich fertig, aber der ist geil. Fertig, fertig. Ja, perfektes Timing, Alter, sonst wär ich weg. Okay, ich bin weg. Ey, Junge. Ich weiß nicht, werden wir gleich sehen. Ne, noch nicht, noch nicht. Nein. Nein. Fuck. Ich hoffe, wir müssen meine Fähigkeit zu nehmen. Ja, wir werden das hier erstmal verkacken. Niemals. Genau, in dem Moment, wo du niemals sagst. Weißt du, was mich aber am meisten nervt? Dass man seine Rüstung nicht aufleven kann, Alter. Ja, man findet auch nur wenig, also... Warte, ich mach jetzt... Ich mach jetzt Kondition einmal hoch. Und, ähm, Ausweichdistanz, auch hoch. Zack. Das hab ich noch gar nicht. Ich will jetzt mal schauen, ob ich irgendwas habe, damit ich schneller ausweichen kann. Aha. Das mach ich mal weg. Ich mach was anderes rein. Okay. Schaden sollten wir auch erhöhen, oder? Erhöht maximal Gesundheit um 10 und Rüstung um 15. Das ist, glaub ich, auch gut, Alter. Ja, wenn ich 10% mehr Rüstung habe, ich mach das mal. Okay. Ich hab mich gefragt, wieso ist noch wenig heiler, das wegen dem Ring. Was hast du gemacht? Es verringert Heilung um 75%. Alter, dein Herz. Ja. Wieso hast du einen Ring drauf? Äh, es verringert die Heilung. Aber wenn du perfekt ausweichst, erhalte ich 15% der Max Gesundheit. Okay. Aber wer weicht schon aus? Das ist voll schwierig, perfekt auszuweichen. Ja. Ich will das hier. Okay. Let's go. Ich hab mich schon gefragt, wieso du so wenig Leben bekommst, die ganze Zeit. Ja, das war nicht so gut gewesen. Jetzt wirst du auf jeden Fall gar nicht mehr sterben. Das hoffe ich doch. So schaffen wir das nicht, Alter. Das ist schon schwierig. Ich muss das hier gesagt. Oh shit. Oh shit. Digga, das ist krank, gell? Mama! Digga, lass mich doch hinruhen. Hm? Also wenn man seine Schwachstellen nicht schiffen, macht man fast gar keinen Schaden. Keine. Okay. 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 Ich mach die Kippen kaputt. Kannst du dich auf den Kipps hier. Digga. Ich mach den jetzt fertig. Ich mach den jetzt fertig. Ich mach meine Mods komplett auf den. Ich mach die Ding. Ich mach die Ding. Wenn du hast. Okay. Oh, das macht richtig gut Schaden. Wieso benutze ich das nicht? Guck mal. Besser als meine Ding andere Raffer. Wie macht das so? Okay. Natürlich wird die genervt. Welche? Die hier nicht mehr, hab ich schon gesagt. Ach so, die wird genervt. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ich heil dich gleich. Oh, ich bin down. Wofür holt mich? Wofür holt mich? Ich hab dich weggegeben. Ja, die Raffer ist zu krank. Du hast schon recht. Also, es macht auf jeden Fall viel mehr Schaden als die, als mein Stunkenwehr. Obwohl, nee, kann man nicht so sagen. Und mein Stunkenwehr kann ich Schwachstellen treffen, da mach ich über 100 Schaden. Ich hab mich aber richtig krass getroffen, Alter, gerade. Versuch dich gleich zu holen. Oh, ich bin gleich weg, glaube ich. Digga, das ist zu krank. Das ist zu krank. Ich bin, glaube ich, die andere Fähigkeit mit. Womit ich dich wieder blicken kann. Ich überlege gerade, ob ich auch was umhändeln kann. Eine Sekunde. Wenn ich das hier darauf drehe. Äh, fokuss. Was ist das hier? Dabei hält Digga auf 50% erhöhten Fern- und Beinkampfschaden. Was ist das hier? I'm already. Hm. Nee, lassen wir das mal so. Assistenzfonds. Soll ich auch... Die Gefährte folgt die Morde der Helfer und... ...20% für Ursache. Hä? Und 20% für Ursache zusätzlichen Schaden. Alter, wir haben dir das geschieben. Naja, egal. Ich bin ready. Let's go. Alter, wir müssen es schaffen. Wir schaffen das jetzt. Kann man irgendwas... Warte, warte, warte. Ah, du bist schon... Kann man irgendwas essen, was einem hilft? Das wollte ich grad fragen. Die können ja auch Sachen essen. Ja, ich kann ja schon mal. Ich glaube, du musst einfach nur lernen, wie... ...diese Attacke auszweichen. Ja, 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 ja. Aber er macht zu viele Attacken auf einmal. So viel Auszaufe habe ich nicht. So viel Auszaufe habe ich nicht. Ja, ja, ja. Okay, okay, okay. Das konnte ich jetzt ausweichen. Das konnte ich jetzt nicht ausweichen. Ich bin down. Oh, Gott. Danke. Ich bin jetzt kein Redikt, ne? Hab nicht. Aber du hast eins weniger. Hä? Voll seltsam. Da hat wieder Hut es gegeben. Ja, ja, dann hat er es schon gegeben gehabt. Oh. Das ist gut. Wenn er so ist, ist es richtig gut. Ja, der macht aber auch extrem Schaden. Oh, ich bin drin. Wenn du Heiligen brauchst, sagt Bescheid. Oh, shit. Ich brauche einen. Oh, shit. Nein. Du darfst nicht down gehen. Wufi ist noch nicht ready. Wufi ist noch nicht ready. Nein. Oh, nein. Das ist klar. Ich bin ein Rister. Ich komme. Ich denke, ich bin ein Schwierigkeiten. Ich bin drauf. Oh, mein Fehler. Junge. Der ist doch krank. Der ist echt stark. Geil, Mann. Und ich wollte Alptar-Modus direkt starten. Wie willst du das im Alptar-Modus schaffen, Mann? Aber wenigstens kein Hardcore. Ja, wie willst du das im Hardcore-Modus schaffen? Ich hätte mir vor, du bist so weit gekommen. Und du kackst ab, weil du es hier nicht schaffst. Aber so ein bisschen Hardcore-Modus-Safety hätte ich nicht eingehen. Ja. Du kannst doch vergessen, Alter. Scheiße. Die gehen jetzt mit Nischiki-Schaden. Ich kann nicht ausweichen. Ja, ich muss auch noch lernen. Ich kann nicht ausweichen. Der macht zu viele verschiedene Attacken. Konntest du mir noch nicht merken. Und der hat auch eine richtig klasse Range, Alter. Ja. Ich komme gleich down. No healing. Ja, heil dich. Das ist gut. Der Hund hat sich für Füßen. Ja, der Hund hat es schon wieder ausgegeben. Ich glaube, ja, auch. Ich bin da nicht geheilt. Das glaube ich ein Buck. Der benutzt es sofort, wenn du das im Maul hast. Ja, ja, ja. Ich bin weg. Okay, lass dich das machen. Ja, ja, lass dich das machen, weil ich war in diesem... Ich glaube, wenn mein Hund die Fähigkeit noch hat, dann heil mich nicht. Lass mal hunden, du, Alter. Ich glaube, aber es ist ein Buck, weil der hat sich ja noch nicht geheilt, weißt. Ja, aber wir müssen dem entgegenwirken. Also heil mich nicht beim ersten Ding. Ja, ja. Oder ich stelle schnell deinen Hund, bevor der... Warte mal ganz kurz, ich muss mal gucken, was für Sachen wir verwenden können für Verbrauchsgüter. So, was haben wir? Verlängerten Ausweichzeitraum einlegen und erhöht die Ausweichgeschwindigkeit um 15%. Das hört sich doch gut an, Alter. Das mache ich mal auf die 3, habe ich schon. Was haben wir noch? Konsumieren, um sofort 10% maximale Gesundheit wiederherzustellen. Das hört sich auch richtig gut an. Das mache ich mal auf 4. Was haben wir noch? Nein. 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 Es gibt was, das heißt Glutstaub. Das ist richtig gut. Glutstaub? Erlängert den Ausweichzeitraum. Ja, genau, das habe ich ja gerade gelesen. Das habe ich auf jeden Fall genommen. Aber da braucht es 1 und 2. Verringert den Ausdauerverbrauch um 50% Dauer für 60 Sekunden. Ist auch nice. Das mache ich auch mal auf 5. Jetzt muss ich mir mal merken, was ich gemacht habe. Ich habe eine Sekunde. Ich vergesse es sonst. Ich habe Heilung auf 1. Ne, 2. Heilung auf 2. Warte, dann machen wir es mal so. Zack. Das kommt auf 4. Also ich habe Heilung auf 2 und 3 und Ausdauer auf 4 und 5. Okay. Let's go. Ich benutze direkt Ausdauer. Ich mache die Dinge, ich hoffe. Ich glaube, der jagt mit. Ja. So, ich halte mal drauf. Oh nein. Jetzt kommt er auf mich zu. Heilung auf mich. Ah, das kann ich nicht aufreichen. Aber ich muss sagen, ich greife nur noch mit Emini Clan. Ist wichtig, ich steig mir auf. Boah, ich bin zweimal ausgewischt und zwar geil. Ich bin schweig. Ah! So, vielleicht aber mischt ich an, das verstehe ich nicht. Das wäre dir her. Weil ich im Drecksack bin. Nun, weil ich Doktor bin oder was. Scheinlich. Das ist gut. Ich mache mal den Jäger. Ähnliches. Ähnliches. Das ist der Ding. In die Zone. Ja. Mach's für mich ein Drecksack. Was denkst du, wer du bist? Das stimmt. Da ist Muni, ne? Jo, sammle gleich. Oh, der hat mich voll getroffen. Oh, healing? Nein. Ich bin down. Der ist, der ist. Warte, mein Hund kommt. Ja, ich weiß. Alter, der teleportiert sich. Und das sah alles nur so aus. Ne, ne. Das schweißt du nicht. Guck mal, der geht direkt auf dich. Das verstehe ich nicht. Ah, jetzt hat er neue Fähigkeiten, oder? Ja, jetzt hat er mich. Der schmeißt sich runter. Genau das hier. Und das ist nicht wie krank. Hast du gesehen? Ja. Das hat mich auch down gemacht. Ah. Das war nicht gut. Mein Hund ist gleich ready. Eigentlich kann ich mal Hund zu dir schicken. Warte. Aber vielleicht krieg ich es auch zu jetzt hin. Bitte, 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 bitte. Hab ich dich? Das braucht nicht. Ne, ne. Scheiße. Man nutzt aber der Dick. Schick. Dann kann ich dich heik. Du hast dir dich geschickt. Der kommt nicht. Der will dich nicht haben. Oh mein Gott. Alter, willst du mich verarschen, Hundi? Alter, ich würde er will nicht. It's a racist. Hab dich. Dankeschön. Oh mein Gott. Wenn du jetzt ausweichst. Ich halte dich, halte dich. Hab dich. Ey, du scheiß Hund. Ich schwöre es dir. Was haben wir dich gekauft? Die, dieser Krackhund. Jetzt macht er die krasser Taktik, glaube ich. Was? Was hat er gemacht? Der hat so Kugel auf mich geworfen. Oh mein Gott. Aber. Jetzt macht er, jetzt kommt er. Das war feinlich. Das war richtig schlecht. Boah, wir sind aber gut unterwegs, Atti. Lass, kicken wir es hin. Ich bin down. Ich heil dich. Scheiße. Nice. Ich bin wieder down. Ich habe so viel Heilung bekommen. Oh nein. Guck mal. Guck mal. Wieso habe ich so wenig Heilung bekommen, aber? Ja, du heilst halt über Zeit. Aber es heißt wenig. Ah ja, stimmt. Aber scheiße, man nervt dich. Das war ein richtig guter Try gewesen. Wollen wir mal kurz zurück und, ähm. Aber wir können nicht hierher teleportieren. Das nervt mich auch. Nee, ich kann nicht zurück. Ich glaube, wir kriegen das jetzt hin. Obwohl, da unten ist, glaube ich, ein großer Checkpoint, oder? Nee, gibt's nicht. Der große Checkpoint ist ganz am Anfang. Komm. Aber dort hin kannst du, glaube ich. Ja, wir müssen den ganzen Weg dann zurücklaufen, weißt du? Nee, ich glaube, es ist kein Ding, Checkpoint. Ganz hinten, am Eingang. Ja. Komm, wir schaffen es. Ich benutze meine Verbrauchsgüter. So. Krass, der kommt jetzt auf dich zu. Oh. Wo ist der Drecksack, oder? Komm. Komm schon. Boah, das macht einen Schaden gerade. Guck mal. Alle meine Mods drauf gemacht. Okay. Jetzt geht's auf dich. Ja. Das ist der Drecksack. Das hat, glaube ich, mich vor den Schaden gemacht. Gleich, gleich. Jetzt muss ich abhauen. Nee, nicht jetzt. Gleich aber. Wenn er runterspringt. Das macht einen fertig. Jetzt. Und ich kann nicht weg. Einfach voll schwer. Ich brauch jeden. Ja. Sorry. Nice. Alter. Auch nicht. Jawohl, Alter. Jawohl, 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 jawohl. Oh nein. Jawohl. Das ist gemütlich. Zack. Du hängst los. Ach so. So eine krasse Range. Diese verdammte Attacke. Oh shit. Der springt, der springt. Oh my god. War das klapp. Challenge. Nice, nice. Perfekt. Timing. Digga. Musst du mich sparsen. Ich kann nicht weg. Ich mach die Digga kaputt. Nice. Okay, ich brauch die Digga kaputt. Ich brauch die Digga kaputt, glaub ich. Oh ja. Weg, 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 weg. Ah, ich bin. Ah, nein. Ich bin direkt reingelaufen. Ja, ich brauch dich, ne? Ja, ja. Ich glaub, ich musste die ganze Zeit einfach ausweichen. Ja, ja. Ich bin aber direkt in eins reingelaufen. Ja, ich auch mäßig. Oh nein. Das war knapp. Ich brauch Munition. Ich bin mit dir. Hier ist Muni. Ja, ich bin grad am Sammeln. Ich hab gepinkt. So, ich mach den Reidy. Ich mach Jäger. Perfektik. Mach eine. Also, Digga. Digga, lass mich in Ruhe. Ich will doch nur nachladen. Oh, jetzt geht der ab. Jetzt geht der ab. Das ist der Arsch. Du brauchst euch. Du musst aufdrechnen. Nein. Ich mach Heilung. Schnell. Nein. Oh ja, ich hab... Last one. Yes. Jetzt machen wir den fertig. Jetzt machen wir den fertig. Ah, der ist One-Shot. Fast das schon. One-Shot. Wir haben den jetzt. Alles egal. Wir haben den jetzt. Komm. Ich seh ihn jetzt. Nice. Wir haben den. Wir haben den. Wir haben den. Ich... Ich glaube, du hast dich ausfällig Schwung gemacht in den Disco. Oder dein Mikro hast du schon gemacht. Ich werde dich nicht. Nicht der erst. Guck mal. Oben links siehst du ja meinen Charakternamen. Und daneben siehst du ja wie viel... ...Delikte Aufladung ich hab. Ich hab immer noch 5 einfach. Meine Heilung ist so stark, dass ich die ganze Zeit eine Relik-Aufladung bekomme pro Heilung. Also ich hab sozusagen unendlich Heilung mäßig. Oder unendlich Relikte. Richtig geil. Okay. Der war aber echt stark. Okay. Leute. Office-Mikro ist aus. Batterie leer oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Dank fürs Zuschauen. Und im nächsten Video geht's weiter. Tschüssi. 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 Vielen Dank.